Was machen wir jetzt eigentlich? Rechnen wir jetzt Wengins? Tönen wir Wengins? Machen wir überhaupt nichts? Wangen wir hingeblickt mit Anpassung? Was passiert hier? Das weiß ich auch gerade noch nicht so ganz. Okay. Erstmal finden glaube ich. Das sehe ich ja leider nicht. Also erstmal suchen wir jetzt einen Bonk. Wie viel unterschiedlich stark die ersten Quäste vergleich zu dem normalen Planeten ist. Ja. Weißt du hier die scheiß Einfriererei? Ich finde die Spielereien gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee. Weil wenn du überlegst wie alt das MMO ist. Ja. Das ist dann immer mal wieder in so leicht strategischen Punkten so. Die Sonnenfächer. Naja du hättest auch warten wenn die Leute in der Nähe stehen. Ich habe es einfach gemacht. Ja aber auch das kann man besser eigentlich. Weiß ich. Die ja auch. Du hattest einfach nicht. Du hattest doch irgendwie. Du hattest das ja auch nicht. Du hattest einfach nichts. Du hattest echt einfach nicht. Was ist da? Ich hab ich wirklich. Ich hab also nicht. Du hattest nicht. Oder du hattest doch nicht. Ich weiß nicht, dass ich auf die Idee komme. Hm. Ich werde mal kurz Jessa umswitchen. Sieht so aus, ja. Hat denn die Blitze, ne? Was denkt sich Barras bloß dabei, euch mir auf den Hals zu hetzen? Versucht er etwas, sich ein Alibi zu verschaffen? Dann könnt ihr ihm sagen, Auftrag ausgeführt. Ja, bla, bla. Ihr habt gute Arbeit dabei geleistet, alles absolut legitim auszulassen. Und jetzt verschwindet. Arbeitet ihr für Barras? Ich lau ihn sein. Ja, natürlich. Weil er es mir nicht sagt, hat er extra gesagt. Ich würde keine Gedanken darüber machen. Wir haben alle vor über 10 Jahren desertiert und arbeiten seitdem für Barras. Augenblick mal. Das wusstet ihr nicht? Er hat euch nicht gesagt, dass wir seinem Befehl unterstehen? Ich stelle die Befehle meines Meisters nicht in Frage. Wie bist du auch? Sollte dir mal damit anfangen? Das stimmt nicht, ich hab's ja in Frage gestellt. Wir waren ihm immer treu. Unsere Deckung ist tadellos. Warum sollte er etwas so Wertvolles einfach wegwerfen? Ich schläge auch nicht so ganz den Admiral. Das ist letztlich das Schicksal jedes Speerungsadmiral. Damit habt ihr wohl recht. Aber er soll nicht denken, dass wir das einfach so hinnehmen. Männer, unser Meister hat beschlossen, dass wir entbehrlich sind. Beweisen wir ihm das Gegenteil. Pfff. Sonst verstehe ich die Entscheidung aber auch. Ja, das ich ja auch nicht, weil er mich ja nicht mit einweist. Kannst du Barras mal zeigen, wer ihr denn macht? Aber da muss man wirklich auch dazu sagen, dass man äh... Ihr seid bedauernswert. Sein höriger Schoßhund. Niemand ist sicher bei Barras. Nicht einmal ihr. Das gehört nochmal dazu. Das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, er stirbt einen schmerzhaften Tod. Ja, dafür sorge ich schon.